ja in der grunde der maximis ja Oh genau, blödes Arschloch ey Oh Oh, warum zielt denn meiner nicht an? Weil das kaputt ist, was ist denn das? Das Modul ist kaputt. Na, der Heusch-Schütze ist tot. Warte mal, hab ich nie was. Fünf. Zwei. Oh, nein. Nein, nein. Ah, die TV haben wirft, ich weiß keine Chance. Ja, ich weiß. Also keine Chance. Ich hab keine Lust mehr. So was. Dafür sind die 8 Panzer absolute Scheiße. Dafür hab ich noch Geld ausgegeben. Wenn sie den aber wieder übermächtig machen würden, den Panzer, dann wär's ja wieder pay to win. Ja, der wird mit 7 und 9 gefälscht, was wissen wir. Aber das ist sowieso nicht mehr. So ist es nicht mehr gemacht, dass du zwei Stufen Ölbeutel kommen kannst. Ja, tolles Matchmaking. Spielst du jetzt noch mit, oder nicht? Was ist wunsch. gefälscht jetzt. Siehste? Bis dem Wolverine ist alles Fünfer. Das ist doch schön. Was ist denn bei den Großen nicht mehr durch? Das ist doch voll zum Kalt. Nein, also was haben die dazu? BDA kommt es nicht durch, Churchill nicht, KV1 nicht, T1 Heavy nicht. Achso. Wollen wir hin? Rechts lang. Wollen wir es einfach mal rechts lang. Lenke los! Kleine. Der 1 Heavy muss das aber wissen, wohin. Wollen wir hin? 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 Wir können jetzt die Gegner kommen. Die scouten auf und dann drehen wir um. Dann schaffe er sein, nach vor zu fahren. Haben wir Orti? Ne, klasse. Brauchen wir eine offscouten. Hallo. Oh. Oh. Wir stehen, wir brennen, wir haben... Sie haben eins. KV1, wo... Da kann ich drei weiter zurückfahren. Versteck dich einfach hinter einem Stein erstmal. Versteck dich einfach hinter einem Stein erstmal. Nee, der hat der T28 hinten abgeschossen. Klasse. Kommion, KV1, I'm a girl. Aha. KV1, I'm a girl. Ja. Ah, in der Mitte fährt Gokkener, guck mal. Aber Gegner stehen dort bestimmt. Na klar. Ja. Ah, jetzt ist er keine noch zum Abschießen. Da brauchst du eine Langbranche. Ne. Vielleicht sind das. Da ist das hier ja noch. Wo denn? Dann ist der VK. Ich glaub, der macht sich mit dem Schussblatt, wenn er trifft. Daneben. Und daneben. T1 Heavy. Juhu. 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 Will ich dann doch lieber nicht hin. Juhu. Ja, bis in der Sackgasse. Ja, spätestens. Haltes Problem. Sackgasse. Juhu. 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 Kommt doch. Jetzt ist er schon dazu, die sch Mohlen sind. Oh nein. Wo ist der Baum ungereцо? Ich hab noch gar nichts vergessen. Kannst muss ich klein schnell vorbeifahren, auf der Stad. Wo ist er da? Da wird vor dir sein. Der T28. Ne mini hogy dar. Da ist er doch. Der T1 Heavy. Ja. Ah, der darf es doch noch unter den Stein. Der ist fährt hinauf zu. Schaue ich mal gucken? Passt nicht drauf schießen, glaube ich. Und auf den T-34? Ja, der steht hinten in der Base bei den. Oh nein, oh nein, der kommt. Ja, der zielt aber nicht zu dir. Raus einfach hier gerade noch. Machst dir keinen Schaden. Fahre einfach hier gerade auseinander der Straße und lieber zum Cap. Ja. Klar. Go, go, Cari. Durch die Mitte durch? Passt nicht die Cap? Gerade alles einfach. Ne, zu deren Cap. Ich bin unten rum? Ne, hier einfach lang fahren. Dort wo die Stück steht. Dort wo der KV1 steht, nicht, dass du zum Stück fährst. Hat er mir vorher eingenommen. Ja. Der fliegt halt. Ja. Wurft? War das nicht schon auf 9? Nein, er ist ausgefahren. Von BTR? Ja. Kann ich ein BTR von hier treffen? Ich muss keinen Schaden machen. Good morning. Und am Leben geblieben? Oh, 480. Richtig. Der will der Fahrer mal gemeint. So, wie spät ist es? 23.14 Uhr. Wollen wir erstmal Schluss machen? Ja. Okay, dann machen wir erstmal Schluss. Bis zur nächsten Uhr. Tschüss. 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 Hallo und herzlich willkommen. Was lachst denn hier wieder? Deine Überschränke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's play World of Tanks. World of Tanks. Willkommen. Wir spielen uns selbst mit einem Ballpanzell. 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 Okay, ihr seht. Oder der hört. Oder, ihr merkt's. Die Kloppsköp sind wieder da dran. Ich bin doch, ich möchte alle. Bitte. Ja. Natürlich mit Carlos Zorn. Genau. Ja. Ja. Herzlich willkommen bei Carlos Zorn. Und das hat sich gereimt. Hm. Dann drückt bereit. Ganz wundervoll. Achso, stimmt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Zimmerförderung. Mhm. Du musst nur beim Elektro noch ein RT2 freischalten, oder? Ja, ich brauche aber noch ein paar, ein paar Erfahrungenchenchenchen. Bis dahin. Ich muss erst mal einen kleinen Schluck. Ich habe irgendwie einen kleinen Frosch im Hals. Froschleisch. Du bist links, ich fahre rechts rum, hm? Hm, ich ah. Wollen wir eigentlich Begegnungsgefecht mal wieder mit reinnehmen? Ähm. Das ist, wenn Ainz in der Mitte ist. Wobels? Nein, bei der Zeit. Doch, warum hast denn du das rausgenommen? Das macht keinen Spaß eigentlich. Hast du am Wochenende wirklich die Kitties rausgenommen gehabt? Nur da! Na, oja. Lass mich vorbei. M3. Ja, du wirst. Ich fahre mal vor. Güte ein M3. Und äh... Ich ruckelt mein Gebühr halt was. Das ist super scheiße, aber... Wie geht's schon noch? Ja, aber es ruckelt gerade. Ich kann keine Ahnung mehr rum. Ich bin doch ein Jagdpanzer, nicht wahr? Hm. Da kann ich auch ein wenig hier hinten bleiben. Und bleibt denn der Panzer 4 hier hinten stehen? Ähm, ähm... Ähm... Puh! Ach! Was war der doof, ey? Du mein, hab ich auch lange nicht gesehen. Hey! Hahaha! Das ist auch noch mal aufgeklärt. Scheiße. Ich bin ein Elektro, ich denke ich kann einfach so durchfahren. Wo denn? Bei mir. Er hat versucht mich niederzerrammen. Aber ich habe keine Chance gehabt. Oh, wird der ja hinten wieder aufgedeckt oder was? Ja, der Panzer 1G fällt kurz vor. Oh ja, KV 1! Oh, lass mich doch hier stehen! Was ist denn das für ein Assi? Rammt mich ja einfach weg! Ganz ruhig. So was gibt es, du? Schauter lebt ich mich. Ja, das auch. Eins und ähnlich. Ja, ähnlich. Na, 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 na. Fuck, der KV 1, ja. Verfuckt. Ich wollte mich ermäßigen. Du weißt ja warum. Äh, worum? Ach, in Zukunft muss ich mich auch noch benehmen. Nee, brauchst du nicht. Der wird sich nicht benommen. Darf ich so sein, wie ich bin. Ja, weil du ja zuhause bist. Dass sich jemandem nicht gefällt. Soll ich mich verficken. Schnau treiben. Na? Ich muss ja doch den anderen eigentlich aufklären. Oh, die hat ja ja immer eingegangen. Oh. 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 Stuhl ist.